ja hallo hat freunde ich wollte mal ein kleines lebenszeichen abgeben ich kann im moment leider nichts hochladen das hat einen ganz simplen grund den hinter mir ich lasse es mir gut gehen ich komme zum schneiden und ja ich bin auf dem campingplatz habe den camper dabei so sieht er aus mal ein blick für euch ist das herrlich oder mein plätzchen eine wunderbare ecke so sieht das hier aus jetzt in die sonne gefilmt hinne stehts radl alles gut ich habe spaß ja und was habe ich gemacht ich hatte ja urlaub ich habe den weserradweg den habe ich gefahren neun tage weserradweg habe schön gefilmt ich habe drei tage mit dem lastenrad reiserad am main verbracht habe ich schön ausprobiert ich habe ein parkvideo gemacht ich werde ein video hier vom camper machen also ist es einiges in der pipeline und ja so viel zum thema videos die dann irgendwann kommen ich denke mal bis in den herbst rein welche irgendwann geschnitten haben im moment geht es mir gut ich wünsche euch dass es euch auch gut geht ich wünsche euch eine schöne feiertagswoche so viel als kurzes zeichen von mir ich bin noch da und es wird einiges kommen und ja in diesem sinne wünsche ich euch allen alles gute und immer gute fahrt bis dann